hallo und willkommen zurück bei ww mist of pandaria ja wir haben in der letzten folge eigentlich lily zu ihrem onkel zurückgebracht bzw zu trübtrunk zurückgebracht und danach kam halt shen wieder und mit dem haben wir dann gesprochen und der ist jetzt der festen auffassung er muss jetzt hier seinem onkel beweisen dass er ein toller bierbrauer ist und ja wie soll es anders sein er ist im dorf geblieben und macht sich jetzt so einen faulen lens und trinkt sich durch die heimischen biersorten und wir müssen alles andere mal wieder machen so was haben die zwei hierfür lustige kreis für uns was die bauerstochter genug davon findet miener lehmkrall ok kleine sind und verschleppt haben wir zum nächsten mal alles klar ich denke da müssen wir da die höhle rein und was der hier hat 100 100 zähne von schädlingen müssen wir besorgen ok fiddl dich selber so und rein in den bau so haben die auch alle zähne ja das sieht schon mal ganz gut aus ich bin außer reichweite ach du hast es nicht können wir nur ein pullen ich muss näher 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 9 5 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 11 10 11 13 Ich schreibe jetzt noch nicht mehr. Ich bin noch nicht bereit, diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit, kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, den da. Ich bin noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich noch nicht bereit. Die werden auch zu zweit kommen. Ich bin noch nicht bereit. Geil. Geil. ja ich bin da zum retten wie immer zurück zu ihrem vater so kommen wir hier halbwegs lebendig raus ja sieht schon mal gut aus nicht so eilig möge der weiße tiger über euch machen das war schon mal hinter uns gebracht blöde zähne so alle komischen zähne gesammelt spieg ab okay jetzt noch mit geilern geil landen müssen wir noch reden das ist natürlich wieder blöd wenn ich da runter gehe wie komme ich denn dann da wieder hoch so ganz ohne flug mount beziehungsweise flug mount haben wir ja aber wir können es halt noch nicht benutzen was braucht ihr ja das hier ist halt auch irgendwie auf wiedersehen ruf haben ja ich denke mal wir werden da irgendwann später viel spaß mit dem chat ja so aber erst mal weiter im text wo ist der letzte ist ist der letzte ist der letzte felsen nicht so eilig spricht genug davon ich habe ein kleines unkraut sagt mal ihr werdet nicht bereit zu helfen oder doch was braucht ihr können wir doch machen feld von 100 exemplaren unkraut möge der weiße tiger über euch wachen bis zum nächsten mal muss unkraut da ist unkraut da ist unkraut ach der will mich jetzt hier nicht verarsch der mich jetzt hier wir können auch auf unkraut treten das ist praktisch das ist das ist das ist ich habe kein ziel ok was auch immer ich bin außer reich ok also das drüber reiten das geht ganz gut mit diesem komischen trank da ja wenn wir das halt immer finden würden dann wäre das auch mit dem ranken ja nicht so das problem also wir sind fertig auf wieder drehen da ich habe ja ich habe schon gedacht So, dann gucken wir mal hier mit Lili sprechen, was wir jetzt für sie da machen müssen, weil die hat bestimmte Probleme, da Getreide irgendwas zu organisieren, erstmal wieder hier Erd sammeln, wo ist das, ein anderer Pilgerer, kann man mit hier reden? Okay, das ist unser Wanderfiel. Wenn ich hier die ganzen kleinen Tiere sehe, fällt mir eigentlich ein, eigentlich müsste ich hier auch noch, ja, mich hier als Pokémon-Trainer ausbilden, ach, geht doch weg, ihr komischen Pflanzen-Heilis. Das muss ich ja dann auch noch machen, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wo das ist, ich glaube, das ist bei Ogrima oder Razors Hill, glaube ich, da steht der Trainer, weil das ist ja eigentlich für, ja, für, für die kleineren Charaktere. Wieso steht ein Lili da mitten in nirgendwo rum, mehr oder weniger? Zurufe Organisation ein Buff hier. So, wo ist Lili? Da steht sie auch. Was macht ihr gerade? Kostet vom reifen Getreide, hellen Getreide, frischen Getreide und gemalztem Getreide. Soll ich mich nicht hier um die Blümchen hier kümmern? Ah ja, tötet achtgerissene Korndiebe, hellen Getreide. Besiegt Conan den Bierbaren? Ach du Schande! Auf Wiedersehen! So, was müssen wir hier von? So, was haben wir hier? Ich weiß aber auch komisch, dass die Abbilder nicht sterben, wenn wir den Hauptkerl hier getötet haben. So, was haben wir hier? m nicht zu weit Entfernt. Ach ja, sehr schön. Harmonie-Partikel. So. Ich noch nicht. So, dann brauchen wir noch einen und wir brauchen unseren Bier-Babaren. Es ist zu weit entfernt. Also, die sind mir auf jeden Fall sympathischer als diese komischen Schädlinge. Zwar auch irgendwie ultra-nervig, aber besser als diese komischen Ratten. So, äh... Damit haben wir, glaube ich, alle... Der hier ist hier drin. Ah, ich sehe das Magonix. K nicht nicht ein damit haben wir doch alles Ach, die schmeißen ja immer noch mit den Säcken um sich. Der Getreidefürst. Für die Brauerei benötigen wir Getreide in großen Mengen, aber ich kenne eine Sorte, die euren Ansprüchen vielleicht genügen würde. Und das finde ich wo? Berichtet mir von euren Reisen. Am Fuß der Windschneider. Mögen euch die Nebel beschützen. Acht Säcke Getreide zurück. Keine Eile. Äh... Äh... Hä? Okay. Okay, das ist auf jeden Fall irgendwo außerhalb. Ich hoffe einfach, dass da auch das Getreide ist, was ich zurückbegehe. Oh! Ach da ist ja noch einer. und auf da ist ein gerstensack und hier ja 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 3 noch nicht noch So, Säcke gibt es hier, aber die bekämpfen sich hier gegenseitig. So, komm, sammle den Sack. Na, das war ja klar. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit. Noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das kann ich noch nicht tun. Nicht bereit. So, Sack 1 und Sack 2. Jetzt versperrt mir hier so eine Plume den Weg. Hier haben wir noch ein paar Säcke, die mehr oder weniger unbewacht sind. Wunderbar. So, dann brauchen wir nur noch einen Sack. Ja, komm, schnapp dir den Sack. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier diese Klippen... Was verwendet das Klippengurt-Zeug und gemalste Höhlengerste. Äh, das klingt nach Klettern irgendwie. Aber ich denke, diese Klettertour werden wir erst in der nächsten Folge erleben. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.